Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkkopfhörer-infos.de. Nach den JBL-Tests geht es jetzt mit einem weiteren In-Ear-Kopfhörer-TWS weiter und zwar von UIC oder UEC. Ich weiß wieder nicht, wie man das genau ausspricht. TWS-808, das sind auch TWS-Kopfhörer, Bluetooth. Die seht ihr hier, die sehen halt besonders interessant aus, sage ich jetzt mal. Das ist ein bisschen einmal ein anderes Design, das sieht so ein bisschen futuristisch aus, sage ich jetzt mal. Bluetooth 5.0, IPX5 haben wir hier, Sprachassistent. Dann, es gibt eine Touch-Steuerung, dann gibt es hier ein Digital-Display, das heißt hier in der Ladebox, das werde ich mir auch mal genau anschauen. Und hier seht ihr die Kopfhörer hier. Ich drehe das Ganze jetzt mal seitlich, da ist das Logo. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar Infos. Wie gesagt, Bluetooth 5.0 hatte ich bereits erwähnt. Dann Ladezeit ungefähr 1,5 Stunden. Die Spielzeit liegt bei um die 4. Dann das Gewicht, so 10 Gramm. Die werde ich wieder wiegen. Da steht jetzt nicht, ob das einstöpsel ist oder beide. Dann ist hier ein Akku verbaut, 40 mAh Akku und der Frequenzbereich beträgt 20.000 Hz. Weitere Infos, also Reichweite 10 Meter, das Case 2 Stunden Ladezeit und so weiter. Diese Infos werde ich auch wieder in den Artikel packen. Und der Rest hier ist eben auf Englisch, das seht ihr hier hinten. Ich werde mir das jetzt aber alles hier genau anschauen. Auf Deutsch, dann wisst ihr wie immer Bescheid. Das hier sind die Kopfhörer und ich gehe jetzt im ersten Schritt mal hin und öffne hier, entferne dieses Plastik-Inlay. Dann sehen wir hier den Inhalt. Das nehme ich jetzt auch mal direkt heraus. Darunter gibt es nämlich noch das Zubehör. Dann kann ich das hier beiseite legen und nehme mal die Ladeschale heraus bei der Kopfhörer. Und dann können wir uns das hier nämlich besser anschauen. Das hier sind die Kopfhörer. Da ist noch so eine Schutzfolie drauf momentan. Die muss natürlich weg. Die schützt momentan hier die Ladekontakte auch. Die entferne ich später noch. So sehen die Kopfhörer aus. Die sind so ein bisschen eine andere Form, sag ich mal, als bisher. Die haben eben auch so einen länglichen Ausleger, wie wir das von den AirPod-ähnlichen Modellen kennen. Polster gibt es hier auch. Dann gibt es hier in dem Fall so zwei Elemente. Das ist vermutlich die Touchfläche. Das sind keine Tasten. Das mag vielleicht so aussehen, aber das sind keine mechanische Tasten. Und hier ist noch so ein Ausleger. Da muss ich auch mal schauen. Die sehen auf jeden Fall, muss ich jetzt sagen, so ist mal was anderes. Die sehen so designtechnisch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht futuristisch, sag ich jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall interessant finde ich das. So, das hier ist die Ladeschale. Hinten USB-C-Anschluss zum Aufladen. Dann haben wir hier einen Magnetverschluss. Das heißt, die hält hier magnetisch und da fällt da nichts raus. Innen sehen wir die Lademulden. Da werden die eingelegt. Dann hier das Digital-Display. Das geht auch direkt an, wenn ich das hier öffne. Und da steht 97. Das ist die Kapazität dann. Links, rechts steht hier auch dran. Also was links und rechts ist. Wir sehen aber an den Ladekontakten auch, dass man das gar nicht anders einlegen kann. Also man kann den linken nicht in den rechten Slot reinlegen. Das geht gar nicht wegen dieser Mulden. Das ist so vom Design her eigentlich bei den ganz neuen Modellen immer so typisch und macht auch Sinn. Das ist die Ladeschale. Die wirkt auch kompakt, schlicht. Wir haben hier oben halt auch noch Durchsichtig. Das heißt, wir können da reingucken. Dann sehen wir auch den Ladestand. Da müssen wir dann eben wahrscheinlich nicht jedes Mal alles aufmachen. Das werde ich jetzt aber noch sehen, wenn ich das Ganze an den Strom anschließe, ob da was blinkt und was da blinkt. Als nächstes das Zubehör. Da gibt es dann wahrscheinlich das USB-C Ladekabel und eine Anleitung. Denn das fehlt noch. Und die Polster. Schauen wir mal rein. Ja, hier gibt es ein USB-C Ladekabel. Aber wie ihr sehen könnt, das ist halt wirklich sehr kurz. Das mag praktisch sein, wenn man das Ganze hier im Mobilien benutzt. Kann aber auch Probleme sein, eben wenn der Stecker zu weit entfernt ist. Das müsst ihr selber wissen. Das kann man aber notfalls nachkaufen. Das ist hier so eine Mini-Anleitung. Schaue ich direkt auch mal rein. Chinesisch, Englisch, Englisch, Japanisch, Italienisch. Ja, gibt es auch einen deutschen Bereich hier hinten. Alles sehr klein gedruckt. Da müsst ihr dann, je nachdem, vielleicht näher ran. Braucht auf jeden Fall gut Licht und eventuell eure Brille. Die werde ich als nächstes natürlich auch lesen. Und dann weiß ich da Bescheid. Das werde ich im Anschluss alles vorstellen. Ohrpolster gibt es auch weitere. Die hole ich mal hier direkt alle heraus. Und zwar gibt es hier ganz kleine noch. Das hier sind die größten. Und wenn ich das richtig sehe, so ungefähr die mittleren sind aufgezogen. Das ist öfter so. Das ist quasi der Standard. Das war es jetzt hier aber auch schon vom Lieferumfang. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wie sich der Kopfhörer hier so schlägt. Der gefällt mir vom Design nämlich wirklich gut. Futuristisch, da stehe ich drauf. Gebe ich auch zu. Ohrpolster, Anleitung, Ladekabel. Das war es jetzt hier vom Unboxing. Und jetzt werde ich damit Probehörer, Testaufnahmen machen. Werde mir das Touch-to-Touch anschauen. Was für Funktionen gibt es? Wie fühlt sich das an? Die Anleitung werde ich natürlich auch lesen. Und damit geht es jetzt wie immer weiter im Megatestbericht. Aufladen und Pairing. Die Ladeschale wird per Micro-USB-Kabel an den Strom angeschlossen. Und wir sehen hier direkt eine Besonderheit, denn es gibt eine digitale Ladestandsanzeige in der Schale. Während des Ladevorgangs blinkt die Zahl. Wenn die Schale dann voll geladen ist, so zeigt sie 100 an. Die Ladezeit liegt bei um die 2 Stunden und die Schale selbst hat einen 600 mAh Akku verbaut. Wenn wir die Kopfhörer in die Schale einlegen, dann wird der integrierte Akku 40 mAh pro Kopfhörer geladen. Wenn die Kopfhörer laden, dann leuchtet die LED außen am Kopfhörer rot. Sind die Kopfhörer voll, dann erlischt diese LED. Die Schale muss im Übrigen geschlossen werden, um den Kopfhörer auszuschalten und aufzuladen. Das heißt, legt man die einfach so ein, wenn sie noch laufen und schließt die Schale nicht, dann laufen sie weiter. Die maximale Spielzeit der Kopfhörer liegt laut Angabe bei etwa 4 Stunden. In meinem Praxistest bei 60% Lautstärke habe ich 3 Stunden und 35 Minuten erreicht. Nach 3 Stunden und 35 Minuten blinkte die LED blau in kurzen Abständen an einem Kopfhörer und die andere Seite, die hat rot geleuchtet und der Stöpsel ging dann aus. Mit der Ladeschale können wir die Kopfhörer mehrfach aufladen, rein rechnerisch ungefähr 6 mal. Wird die Schale aufgeklappt, so verbinden sich die Kopfhörer mit dem zuletzt verbundenen Gerät oder sie gehen automatisch in den Verbindungsmodus. Man kann sie auch direkt rausnehmen, aber der Modus geht eigentlich schon los, wenn man die Schale aufklappt. Dabei leuchtet die LED am Kopfhörer dann abwechselnd rot und blau. An sich reicht auch schon das Öffnen der Ladeschale, um Power-on oder Pairing zu aktivieren. Das hatte ich ja bereits gerade gesagt. Bedienelemente Die zwei Erhebungen oben am Kopfhörer sehen zwar aus wie Knöpfe, sind aber keine. Auf dem länglichen Ausleger befindet sich nämlich ein Touchsensor. Ursprünglich war da auch so ein Aufkleber drauf, der das angezeigt hat. Da blende ich hier kurz nochmal ein Bild ein. Einmal tippen, rechts oder links ist Play-Pause. Ich muss dazu aber sagen, dass hier drüberwischen besser klappt als tippen, beziehungsweise wenn man das ganz schneller machen will, ist das so ein Tipp, einfach mal drüberwischen. Rechts tippen und eine Sekunde halten, springt ein Lied vor. Links eine Sekunde tippen und halten, springt ein Lied zurück. Links zweimal tippen, erhöht die Lautstärke. Rechts zweimal tippen, senkt sie. Links dreimal tippen, öffnet den Sprachassistent. Anfangs ist es etwas ungewohnt, weil sich die Touchfläche unten befindet. Wenn man dann aber den Bogen raus hat und dabei das untere Ende mit dem Daumen stützt, dann geht das eigentlich ganz gut. Wer schon einmal so eine Touchfläche an einem Gerät hatte, der kennt das Feeling, es gibt halt keine mechanische Rückmeldung und man muss sich da etwas dran gewöhnen. Nachteil bei den ganzen Touchtasten ist aber natürlich auch immer, dass man da aus Versehen drauf kommen kann. Die LEDs auf dem Kopfhörer außen blinken nicht, wenn Musik läuft. Wenn ich allerdings pausiere, dann blinken diese ein paar Mal die Minute. Telefonfunktionen gibt es auch und die findet ihr im Testartikel, Link unter dem Video. Tragekomfort, Design und Verarbeitung. Dieses Modell hat meiner Meinung nach ein sehr schickes Design, was ich zuvor so in dieser Form noch nie gesehen habe. Mir gefällt es auf jeden Fall. Modern, edel, schick und im Metall-Look. Die beiden roten Elemente haben diese typische Radialtextur und es handelt sich dabei nicht um Tasten, auch wenn diese so aussehen. Der Modelltyp ist an die AirPods angelehnt bzw. hat den typischen länglichen Ausleger. Wenn wir uns die Innenseite der Kopfhörer anschauen, dann sehen wir hier einen transparenten Bereich und dahinter die Treiber. Zwei 6mm Treiber sind hier verbaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, einer für den Bass und ein weiterer für die Mitten und Höhen. Was wir hier auch noch sehen können, ist seitlich so eine Art Mini-Hook. Dieses Teil sorgt dafür, dass der Kopfhörer im Ohr stabilisiert wird bzw. er festklemmt. Der Halt war erstaunlich gut und auch beim Herumhüpfen und durchs Hausjoggen hat alles bei mir gehalten. Ich würde sagen, dass man damit auch gut joggen gehen könnte. Der Abstand zu meinen Barthahnen ist auch groß, sodass hier seitlich nichts am Ausleger kratzt. Ich finde den Kopfhörer für diese Bauform recht bequem. Natürlich liegen die Polster hier auch auf dem Gehörgang an bzw. sie müssen leicht angedrückt werden. Außerdem gibt es die typischen drei Standardgrößen für die Polster. Der Kopfhörer hat eine Metalloptik, besteht aber aus Kunststoff. Das Gewicht eines Stöpsels liegt zwischen 5 bis 6 Gramm. Die Ladeschale besteht auch aus Kunststoff und hat oben ein transparentes Fenster. Dadurch sehen wir die Lade-LEDs im Inneren auch gut. Das müssen wir auch, denn wir müssen sie zuklappen, damit der Ladevorgang aktiv wird. Das Gewicht der Schale liegt ohne Stöpsel bei um die 52 Gramm. Außerdem sind die Kopfhörer IPX5 geschützt und somit auch schweißresistent, also problemlos beim Sport einsetzbar. Alles in allem gefällt mir das Design sehr gut und auch der Tragekomfort hat mir gefallen. Klang Ein sehr geringes Grundrauschen ist hier vorhanden. Bei einem Hörbuch im Bett im stillen Raum hört man diese wie immer ganz leichten in stillen Passagen. Bei durchdängiger Musik ist das Grundrauschen aber wie immer unhörbar. Susan Vegas Gypsy klingt gut, der Bass ist kräftig und ihre Stimme ist klar und deutlich. Die klassische Interpretation von Where is my mind sagt mir klanglich auch sehr zu. Ein kräftiger Bass und auch die Höhen gefallen mir. Die Bassspur von Better of Alone ist wirklich kräftig und schön tief. Der Bass bei Dr. Dre's Next Episode ist kräftig und tief. So mag ich das bei Rap. Auch die Hi-Hat kommt gut und ist nicht zu dominant bzw. nicht geboostet. Bei einem Metal-Track wie Bullet For My Valentine's Waking The Demon überzeugt mich der Klang auch. Kräftiger Bass und die E-Gitarren sind höhentechnisch nicht zu stark, sondern genau auf dem Niveau, wie ich das mag. Auch Avicis Wake Me Up klingt gut und ausgeglichen. Die Höhen am Anfang, die oftmals zu stark kommen, sind hier nicht zu stark und die Bassline ist auch kräftig und tief. Der Klang geht in die Richtung, die ich bei Ineos bevorzuge bzw. mir gefällt er. Kräftiger Bass und eine Abschirmung durch die Polster nach außen. Für Powermusik im Training optimal. Wer schönen kräftigen Bass will, der bekommt den hier auch. Mikrofontest An meinem Moto G4 war die Aufnahmequalität abgehackt, wenn ich die Kopfhörer ganz normal im Ohr trage. Nehme ich den rechten allerdings aus dem Ohr und hebe diesen direkt vor meinen Mund, also wie ein Mikrofon, dann funktioniert alles. Auch die Aufnahme ist dann ganz gut. Aber hört selbst, es folgt jetzt die Testaufnahme. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Uri Sieg-Popfhörer. Ich habe beide Stötzel in meine Ohren und spreche ganz normal. Bei diesen nach außen und abdürmen also typische Stötzel von weißem Polster und spreche ich wahrscheinlich dann etwas lauter selber. Ich nehme den rechten Stötzel einmal aus dem Ohr heraus und halte den im Abstand von 30 cm vor meinen Mund. Meere mich dem ganzen Stötzel jetzt um 20 cm. Gehe mal auf 10 cm ran, gehe jetzt noch weiter ran. Der Abstand beträgt jetzt ungefähr so 5 cm. Ich spreche da quasi direkt auf die Außenseite ins Mikrofon rein. Den Stötzel stecke ich jetzt wieder zurück vor. Jetzt nehme ich den linken Stötzel heraus, Abstand 30 cm ungefähr, spreche auf die Außenseite so ein 20 cm. Abstand geht es noch mehr an 5 cm. Wir haben jetzt auf jeden Fall gehört, ob ich am Beides hier im Ton befinde und wie sich das Mikrofon generell anhört. Und das Grund dieser Testaufnahme könnte ich jetzt selbst beurteilen, wie die Mikrofonqualität so eben ist. Mein Fazit. Der UEC TWS 808 hat mir sehr gefallen. Vor allem das Design ist mal was anderes. Ich mag dieses edle und futuristische Aussehen im Metalllook. Beim Mikrofon hat er die gezeigte Schwäche, aber wer damit nicht telefonieren will, dem kann das egal sein. Der Klang ist gut und der Bass schön kräftig und tief. Auch vom Tragekomfort her hat er mich überzeugt. Dieser kleine zusätzliche seitliche Hook sorgt einfach für einen stabilen Sitz, da er alles fixiert. Sieht man auf den Bildern im Ohr auch recht gut. Die Ladeschale ermöglicht ein sicheres Aufbewahren und mehrmaliges Aufladen unterwegs. Außerdem kann die Schale abgestellt werden. Bei den beiden JBL Tune Modellen, die ich vor kurzem getestet habe, konnte die Schale zum Beispiel nicht flach hingestellt werden. Mir persönlich gefällt das Gesamtpaket bei diesem Preis sehr gut. Das war ein weiterer Testbericht von mir für euch und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Produkt und zum Artikel findest du unter dem Video. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. 라는 Monat 현